Hallo liebe Fasnachtsfreunde, herzlich willkommen bei der VR Bank Rhein-Neckar an meinem Arbeitsplatz. Ich heiße Maren-Michelle Gruber, bin 27 Jahre alt und wohne in Edingen. Hier arbeite ich als Assistenz im Private Banking und das zeige ich euch jetzt. Hier sitze ich täglich und bin der erste Ansprechpartner für unsere Kunden. Unter anderem erstelle ich Präsentationen, bearbeite Listen und unterstütze die Kollegen bei ihren täglichen Aufgaben. Vielen Dank für Ihren Anruf, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, auf Wiederhören. Das war vorerst mein letzter Anruf. Ich gehe und werde Prinzessin. Ganz so spontan war natürlich die Entscheidung nicht. Wir planen schon seit einigen Jahren meine Kampagne und ich freue mich riesig darauf, dass es jetzt endlich losgeht. Als Gadelkind kam ich zum Lalahag. Leider kann ich meine Tanzkarriere nicht mehr fortsetzen aus gesundheitlichen Gründen. Meine Freizeit verbringe ich jetzt bei meinen Pferden im Stall oder in der Natur. Nähen und Basteln gehören genauso zu meinen Leidenschaften wie Capri-Sonne oder Eichbaumlimo. Meine Lieblingsfarben sind gelb oder blau. In Urlaub fahre ich gerne nach Spanien oder bereise die Welt mit einem Kreuzfahrtschiff. Was für mich gar nicht in die Tüte kommt, ist Alkohol, Zigaretten oder Rindfleisch. Familie wird bei mir groß geschrieben. Mein Freund und ich gehen gerne zu meinen Eltern zum Kochen oder zum Spieleabend. Gemeinsam schauen wir bei meinem Bruder Fußball oder spielen eine Runde Dart im Keller. Natürlich möchte ich euch mein soziales Projekt nicht vorenthalten. Ich unterstütze die Sprachförderung von traumatisierten Kindergartenkinder. Peter Hoffmann, der Präsident vom Reiterfein Mannheim, hat diese Initiative ins Leben gerufen. Seid ihr neugierig geworden? Schaut doch einfach auf unserer Homepage vorbei. In einem kleinen Video erkläre ich alles genauer. Bis Aschermittwoch heiße ich Mar-Michelle I. aus dem Hause der VR-Bank Rhein-Neckar. Jubiläumsprinzessin der Kage Lallahag, Prinzessin der Stadt Mannheim und der Kurpfalz. Ahoi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020